Ob ich es vielleicht dann auch dort schaffe, vielleicht 93 oder so zu werden, dann würde ich diese 90er-Waffe einfach überspringen. Das wäre nämlich ziemlich geil. Man würde mit 94 dann noch bei 85er-Mobs eben ein paar killen, damit ich nicht wieder hierhin rennen muss, weil ich renne meistens hier nur einmal hin und danach nie wieder. Weil es mir einfach zu stressig ist hier. Also, um den ganzen Weg auf sich zu nehmen, ist nicht so mein Fall. Lass mich vorbei! Ja. So. Der Klerik muss ein Level höher. Danach muss das ein Level höher. Und was danach kommt, weiß ich nicht, weil ich den Text einfach vergessen habe. Nein! Nein! Lass mich einfach nur am Leben. Ich will nur nicht sterben. Vielleicht mal später. Aber nicht jetzt. Was ist denn hier heute los? Komm, töten wir noch einen Yin. Mal gucken, was diesmal rauskommt. Wolfi, komm zurück! Es ist gar nichts rausgekommen. Jedoch, äh... Poison und Short Recite. Ähm... Fuck. Mann! Was ist das? Ich bin hier extra hingegammelt. Und hier sind nur Partyviecher. Weißt du was? Renn durch. Geronimo. Und ich renne in die falsche Seite. Ich bin so dumm. Mh. Kacke. Renn, 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 renn. Renni, renn, renn, renn. Fünf Minuten. Super! Ist das kacke. Jetzt hab ich auch noch den Berserker versprochen. Self-Porn. Self-Porn. Oh ja, Self-Porn. Wenn es dann hier nicht ein bisschen besser aussieht, dann... L-Enrage. So. Mach mal. Tomp, Pico. Du wirst sterben. Warum, weil da... Das... Ist geil. Ja, supi. Hast du fein gemacht. Um die Ecke rennen. Stimmt ja. So, das ist jetzt höher. Das ist jetzt schon genug. Jetzt brauchen wir noch ein paar SP mehr. Um es dann auch noch zu skillen. Was sind das eigentlich hier für immer? Sind das eigentlich 94er oder... Ach du Scheiße, nein. Das sind echt böse Viecher. Einfach töten. Einfach töten. Einfach töten! Warum bist du auf dem Boden auf einmal? Wie viel töte ich denn jetzt noch? Ich kann die Zeit nicht abschätzen. Das ist echt kacke. Tomp, Pest. Haha, die Pest ist unterwegs. Puh. Was ist das auf einmal? Oh, das war ja ziemlich schlau von mir anzugreifen, während ich hier so... Ne? Und? Ihr wisst schon Bescheid. Wolfi, nein, du stirbst mir nicht. So. Nein, ich will nicht sterben. Win. Das weg. Teleport. Oha, oha, das ist 70%. Wenn wir da rauskommen, sind wir mindestens 91. Wenn nicht 92. Ja. Ja, 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 ja. Das heißt ja wieder die Tage für mich rendern, rendern, rendern. Oh Mann. Egal. So, schnell einfach nur anmelden und, äh, ja. Yes. Wurde akzeptiert und wie man sieht, sind schon viele da. Perfect Timing oder Perfect Timing, ja? Das ist geil. Also wie gesagt, ich werde jetzt nur die Mobs mit der Gruppe dann killen und werde dann eben die Aufnahme stoppen. Ich werde dann mein Main noch einloggen. Die Lucky Powder rüber trunsen, damit wir unser Set kaufen werden oder gucken, ob wir es kaufen werden, wenn alles da ist, halt und wir werden unsere Rüstung anfangen zu fertigen. Unsere Waffen zu verbessern. Alles, was dazu gehört. Alles, was dazu gehört. Ja, komm, mach hin. Lad schneller. Ich bitte dich, lad schneller. Ich will hier nicht die ganze Zeit rumgammeln. Was soll ich denn jetzt sagen, während das hier am Laden ist? Ja, hallo, mein Name ist so und so und da sind Menschen vor meinem Fenster. Warum sind da Menschen? Warum bewegen die sich? Warum haben die Augen? Warum haben die Köpfe? Warum laufen sie? Hm, ein Mysterium. Ich kann es nicht lösen. Egal. Ja, ich drehe mal wieder so ein bisschen durch, wenn ich natürlich nicht spielen kann. Und es sind Kängurus Level 8 gescheißig gemacht. Das ist natürlich sehr lieb von dem, dass er uns die Rüstung hier hingebracht hat. Ich mache mich aber nur noch Folgendes und war einfach von hier aus. Boah, das ist echt akkommal laut. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Das haben wir jetzt aber auch egal. Wie tragisch. Alle 88 bis 89. Oh Mann. So. Papam. Papam. So. Nach dem Spiel stehe ich dann eben kurz in die Optionen um und check eben, ob die Chancen in Ordnung sind. Wie sieht das wie ich an? Oh Mann. Oh Mann. So. Geht doch. Vielleicht ist das Level Up. 90. Okay, wir sind 90. Und mal gucken, wie es noch ausgeht. Okay. 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 Ich werde jetzt beides zum nächsten Spiel. Gucken wie es dort aussieht. Da ist es. Warrior ist am Werk. Das heißt, das ist der Techniker. Oh man 17k Nein Also ich glaube Mehr als 31 Mehr als Ja what the fuck Ja scheiße was soll'n das Ja ist ja richtig supi Und keiner der mich wiederbeleben kann Ist ja natürlich richtig geil Boah das ist echt ätzend Wenn ich dadurch jetzt weniger Oder gar keine prozentuale Krimi Passt dich aus